In diesem Video geht es um die besten Fenstersauger. Das Gütezeichen in dem Fenstersaugertest geht an den Kärcher WV6. Die neue verlängerte Absauglippe des Fenstersaugers WV6 Plus ermöglicht das Abziehen der gesamten Oberfläche ohne Unterbrechung. Die Oberflächen lassen sich in einem Zug bis ganz zum Boden abziehen, damit auch bis zum Fensterrand ein streifenfreies Ergebnis erzielt wird. Ideal für die Reinigung von bodentiefen Flächen. Zudem ermöglicht der ergonomische Kärcher Akku-Fenstersauger WV6 Plus eine besonders hygienische Fensterreinigung, da kein direkter Kontakt mit dem Schmutzwasser erfolgt. Die komfortable Ladezustandsanzeige liefert einen minutengenauen Restlaufwert des Akkus. Auch Duschkabinen, Fliesen, Vitrinen oder Glastische lassen sich optimal mit dem Fenstersauger reinigen. Der Schmutzwassertank lässt sich schnell und einfach entleeren. Die Hände kommen mit dem verschmutzen Wasser nicht in Berührung und bleiben trocken. Die neue Abziehlippe ist so flexibel, dass sich Oberflächen in einem Zug abziehen lassen, ideal für die Reinigung von bodentiefen Flächen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die zweite Wahl ist der Kärcher WV5 Premium. Mit dem WV5 Premium bringt Kärcher der Erfinder des Akku-Fenstersaugers ein Gerät auf den Markt, das die mühelose, streifenfreie und tropfenfreie Fensterreinigung weiter perfektioniert. Mit seiner verlängerten Akkulaufzeit sind auch längere Putzaktivitäten problemlos möglich. Und dank praktischem Wechselakkusystem wird durch zusätzliche Anschaffung eines zweiten Akkus sogar pausenloses Fensterreinigen möglich. Der Gerätehandgriff sorgt mit seiner Weichkomponente dafür, dass der WV5 Premium die Vorgängereihe in Sachen Handling und Ergonomie sogar noch übertrifft. Des Weiteren ist das Gerät mit Abstandshaltern an der Saugdüse ausgestattet. Dieses Feature ermöglicht noch bessere Reinigungsergebnisse bis an die Fensterkanten. Darüber hinaus sind im Lieferumfang eine schmale Saugdüse für Sprossenfenster, ein zusätzlicher Outdoor-Mikrofaser-Wischbezug mit besonders vielen abrasiven Fasern sowie ein Schmutzkratzer für hartnäckigen Schmutz enthalten. Das perfekte Zusammenspiel von Sprühflasche und Mikrofaser-Wischbezug gewährleistet effektives Reinigen und in Kombination mit dem Akku-Fenstersauger rückstandsfrei saubere Fenster. Das Sparprodukt in dem Fenstersaugertest ist der WI-Leder Window Matic. Bringen Sie Ihre Fenster zum Strahlen. Mit dem elektrischen WI-Leder Window Matic Power Blue Fenstersauger putzen Sie Fenster mühelos und streifenfrei. Sie setzen den Fenstersauger von WI-Leder mit dem flexiblen Kopf an das gewaschene Fenster an und ziehen überschüssiges Wasser und Schmutz mühelos in einem Zug ab. Der Window Matic Power Blue erleichtert Ihnen die Fensterreinigung. Sie waschen Ihre Fenster wie gewohnt ein und saugen überschüssiges Wasser anschließend mit dem Fenstersauger restlos auf. Im leistungsstarken Max-Modus arbeitet er mit bis zu 50% mehr Saugkraft als vergleichbare Produkte. Je nach Grad der Verschmutzung wählen Sie die Saugstufe. Die Laufzeit des Akkus beträgt etwa 40 Minuten. Der flexible Kopf des Window Matic sorgt für eine optimale Ausrichtung zur Oberfläche und gewährleistet eine hohe Saugkraft auch an Ecken und Kanten. Nach der Reinigung lösen Sie den Tank vom Fenstersauger und leeren ihn aus. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.